So, hier ist nochmal ein dicker Baum gestanden, ein Balancilla, auch mit einer Kappenstufe. So, ein Knüppeldamm und eine Wackelbrücke, okay. Das ist der Knüppeldamm mit vielen Holzstäben. Oh, ich sehe schon die Knüppelbrücke. So, und hier noch die Brücke, da kann man sich ein bisschen festhalten. Oh, mal gucken, was man backen. Oh ja, gut. Zwischendrin sind Seile, aber man kann schön auf den Holzstäben hier laufen. Hervorragend, das klappt doch super. Und schon bin ich durch. So, und da haben wir sie wieder, die legendäre Matschkurve. Und die ist aber wirklich legendär und groß. Achtung, ich gehe jetzt gleich. Oh, cool. Das macht Spaß. Oh, da versinkt man ab. Gut, dass man sich da festhalten kann. Oh, guckt mal. Auweia. Oh. Bin ich froh, dass da vorne Wasser ist. Hier ist ja auch ein Weiher, wo man sich die Füße sauber machen kann. Oh, da dürft ihr gleich mal meine Füße gucken. Achtung. Jetzt kommt es. Wow. So, jetzt die Aufstämmer. Jetzt noch mit meinen schlammigen Füßen. Guck mal, ihr Lieben. Zack. Das schaffe ich jetzt auch noch, bevor ich ins Wasser gehe und mir die Füße sauber mache. Tada. Jawohl. Oh, das ist ein bisschen flutschig. Da muss man gut aufpassen. Und hier ist ein volles Wasserbecken. Da knupps ich jetzt mal durch. Oh. Oh, wie schön. Ist hier aber schlammig. Ich guck mal. Nee, gar nicht. Einfach nur auf frischen Fall. Heute ist es sehr warm. 30 Grad. Oh, das ist schön. Und hier ist eine Treppe, da kann man dann wieder raus. Oder man kann auch länger drin bleiben, je nachdem wie ihr Lust habt. Ja. Sehr erfrischend. Super. So, hier haben wir die Baumstammstrecke. Da kann man jetzt so machen. So, wie man die. Das sei euch überlassen. Man kann dann einfach nur rübermaschieren. Und weiter geht über eine kleine Strecke mit Steinchen. Oh, ja. Das merkt man, dass sie an den Fuß sollen. Nee, danke. Das ist einfach. Da vorne steht im Mund und guckt. Okay. So, hier ist die Kiesstrecke. Hallo. Und ich marschiere mal. Mal gucken. Oh, ja. Ach, ja. Das seht, diese spitze. Da kann man laufen. Ja. Ist sie so eine? Das ist so eine. Halt da haben wir sie getroffen. Das ist einfach. Mhm, mh. Mhm. Mhm. Hier fahrt ein Teechen mit Wäsch. Piekst man ganz ein bisschen, kann man gut aushalten. So, und schon bin ich durch. So, wir müssen noch mal auf den Stellen. Das ist der höchste Punkt. Und wieder zurück oder runter. So, wir müssen jetzt balancieren. Oh, meine Königssische. Das ist der Haubeier. Das ist Tobias. So, Ober. Ja, bravo. Guck mal, drei Frösche habe ich noch mal gefunden. Drei Stück. Die springen hier überall rum. Da ist ein Kran. Guck mal, guck mal. Ach Gott. Das gibt es nicht. Das ist süß. Die denken jetzt, sie haben einen riesen Berg vor sich und kommen nicht weiter. Ja, komm springen. Seht ihr? Guck mal, wie klein die sind. Gerade so groß wie ein Fingernagel. Jetzt wissen sie irgendwie nichts mit sich anzufangen. Na ja, ihr habt hier einen schönen Platz, wo ihr lebt. Ganz toll. Guckt mal, hier ist euer Kumpel. Und ich lasse euch alle... Oh, einer ist schon runter. Und die anderen lasse ich jetzt auch. Und der nächste ist runter. Und der dritte. Ah, da fühlt... Zack, fort sind sie. Tschüssi. Frau sieh. Tschüssi! Ciaosaalne/. Tschüssi! Und du den beob dados? Vellust du bei dir an, ja? Oh, geh mal eher überansen. Tschüssi! Tschüssi! Tack!